So Freunde, willkommen zu Clipsmoke. Wieder eine neue Runde. Markus wieder für euch. Ja, was rauche ich heute für euch? Wieder einen Tombako und zwar den Verbindenlauf. Wir blenden euch mal kurz ein Bild ein. Ja, also ich sag mal Schnitt grob bis fein, aber ist okay. Kann man schon gut bauen. Molasse ist schon, sag ich mal, im Überfluss da. Nenken wir es mal so. Geruchlich ist es eine sehr süße Zitrone. Sehr angenehm, erinnert mich irgendwie an Zitroneneis. Auf jeden Fall sehr geil. So, dann komme ich mal zur Rauchentwicklung und zum Geschmack. Also wie ihr seht, fein tut er ordentlich. Hitze kann er sehr viel ab. Also ich habe meine Kohle jetzt schon in der Mitte seit gut einer Viertelstunde, 20 Minuten und ich muss den echt nicht nach außen machen, weil der trotzdem noch immer gleich schmeckt und gar nicht verbrannt. Geschmacklich auch eine Zitrone. Sehr angenehm. Minznote ganz leicht, aber auf jeden Fall geil zu rauchen, muss ich sagen. Also ich kann da echt nichts aussetzen, außer dass halt sehr viel Molasse dran ist. Hier läuft das Ganze schon runter. Ja, also schmantig ist er auf jeden Fall ordentlich, aber schmecken tut er echt gut. Also könnt ihr euch mal holen und ausprobieren. Ist schon echt lecker. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschau.